Hallo, ich heiße Unge Kühl. Ich bin Deutschlehrerin von Netzwerk Dach-Lehrer-Online. Ich leite den Deutschkurs A2. Zu diesem Kurs warte ich dich ein. Wir arbeiten online. Das ist ganz einfach. Den Namen eingeben. Fertig. Schon bist du in unserem Klassenzimmer. Du kannst von überall auf der Welt an unserem Unterricht teilnehmen. Und heute sprechen wir über die Wechselpräpositionen. Zusammen arbeiten wir an deinem Wortschatz und deiner Grammatik. Wir sprechen über Hobbys und Freizeit, über deine Arbeit und dein Traumhaus. Und über vieles, vieles mehr. Du kannst zum Beispiel über dein Lieblingsessen erzählen. Danke. Bei Arkadash ist mein Freund, hat man 24 Stunden am Tag Essen gegeben. Ich finde das sehr, sehr angenehm und bequem auch. Und das ist sehr nett von Arkadash. Wir sehen uns auch Videos an. Also, ich starte. Das ist Herr Petry. Herr Petry ist verheiratet. Trotzdem tanzt und flirtet er mit anderen Frauen. Anschließend reden und diskutieren wir über die Filme. Da, da, da beginne ich. Dankeschön. Das ist mein Stichwort. Wir haben im Film ein Flugzeug gesehen und gehört haben wir ein Auto. Das war der erste Fehler, den ich extra eingebaut habe. Und? Hat es dir gefallen? Möchtest du mit uns zusammen Deutsch lernen? Dann melde dich zu diesem Kurs an. Ich freue mich, dich in unserem Deutschkurs begrüßen zu dürfen. Bis bald!